Herzlich Willkommen bei Bechstein. Heute wollen wir Ihnen unser Bechstein Vario-System etwas näher bringen. Dieses exklusiv von und für Bechstein entwickelte System ermöglicht Ihnen Tag und Nacht Klavier zu spielen, ohne Mitbewohner oder Nachbarn zu stören. Mit dem Bechstein Vario-System können Sie Ihr akustisches Instrument gänzlich stumm schalten und Ihr Klavierspiel ganz allein für sich über den hochwertigen Kopfhörer genießen. Trotz seiner dezenten Optik bietet das Bechstein Vario alle technischen Möglichkeiten eines Digitalpianos. Gegenüber herkömmlichen Digitalpianos bietet es allerdings den wesentlichen Vorteil, dass Sie auf der hochwertigen Klaviatur mit dem ausgezeichneten Spielwerk Ihres Instrumentes spielen können. Über den USB-MIDI-Ausgang lässt sich das Bechstein Vario auch als MIDI-Master-Keyboard nutzen. Und natürlich können Sie auch ohne Stummschaltung alle Vorzüge Ihres akustischen Instrumentes genießen. Sehen wir uns einmal die einzelnen Bestandteile des Systems an. Die einzigartige Stummschaltung wird mittels Schalthebel ein- und ausgeschaltet. Diese mechanische Vorrichtung verhindert, dass der Hammer die Seiten berührt. Die dafür installierte und eigens von Bechstein optimierte Stoppleiste ist äußerst stabil und sehr genau einstellbar. Die exakte Regulation Ihres Spielwerks muss dadurch nicht verändert werden. Unter der Klaviatur erfassen Sensoren stufenlos jede Tastenbewegung. Diese rein optischen Sensoren haben keinerlei Einfluss auf das Spielgefühl. Die Tastenbewegung wird mittels aufwändiger Algorithmen analysiert und umgerechnet. Das elektronische System spricht dadurch äußerst sensibel an und übersetzt so Dynamik des Anschlages direkt in eine weite klangliche Dynamik. Hören wir uns das einmal an. Bei der Entwicklung des in Deutschland hergestellten Systems standen perfekte Funktionen, intuitive Bedienungen und optische Eleganz ebenso im Vordergrund wie Servicefreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Das Bechstein Vario ist nicht nur eine rein funktionelle Erweiterung, es bringt auch richtig Spaß. Das System beinhaltet einen hochwertigen, von der Fachpresse ausgezeichneten Markenkopfhörer der Firma Sennheiser. Dieser zeichnet sich durch hochwertigen Klangen bei gleichzeitig hohem Tragekomfort aus. Der einzige Nachteil, nach einiger Zeit vergessen Sie vielleicht, dass Sie überhaupt ein Kopfhörer tragen. Bei Nichtbenutzung hängen Sie ihn einfach an der praktischen Halterung wieder an. Neben dem Schalthebel für die Stummschaltung und dem Kopfhörer ist das Steuerelement das wesentliche, äußerlich sichtbare Merkmal Ihres Vario-Systems. Bei Klavierern in weißer Ausführung ist das System natürlich ebenfalls passend in weiß gehalten. Diese Schaltzentrale Ihres Vario-Systems verbirgt sich unauffällig unter der Klaviatur. Die schlichte Front weist lediglich die beiden Kopfhörerbuchsen und die blaue Betriebs-LED auf. Beim Herausziehen des Systems schaltet sich das Bechstein Vario automatisch ein. Bei vollständigem Einschub schaltet es sich automatisch wieder ab. Sie können das System auch nutzen, indem Sie es nicht vollständig ausgezogen haben. So bleibt Ihr Bechstein Vario auch im eingeschalteten Zustand vollkommen unauffällig. Das Bechstein Vario bietet einzigartige Ausstattungsmerkmale und umfangreiche Funktionen. Über das große, übersichtliche Touchscreen lässt es sich bequem und intuitiv aus der Sitzposition bedienen. Auch dies ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber anderen Systemen. Nach dem Einschalten gelangen Sie automatisch in das Hauptmenü. Alle wesentlichen Funktionen können Sie im Hauptmenü auf einen Blick bedienen. Lassen Sie uns diese Funktionen im Einzelnen gemeinsam entdecken. In der zweiten Zeile wird das eingestellte Instrument gezeigt. Durch Tippen der Pfeiltasten rechts und links der Anzeige können Sie zwischen sechs Klavierklängen wählen. Drei E-Piano-Klängen. Einen Tramvalo. Drei Orgelklängen. Drei Orgelklängen. Und zwei Streichern. Die beiden Streichersounds können Sie alleine spielen. Sie lassen sich aber auch jedem der anderen Instrumente unterlegen. Bei Verwendung von Lautsprecherboxen können Sie mit den Streichern auch das akustische Instrument begleiten. Das Bechstein-Vario ist ein vielseitiges, aber gebrauchsfertiges System, das keinerlei Einrichtungen bedarf. Wer sein System aber gern individuell anpassen möchte, hat die Möglichkeit, die Klänge weiter zu bearbeiten und unter einem der vier Speicherplätze abzuspeichern. Auch Grundeinstellungen des Systems, wie zum Beispiel das beim Start angezeigte Instrument, lassen sich nach Ihrem persönlichen Geschmack gestalten. Das Hauptmenü beinhaltet auch einen Metronom. Statt des seelenlosen Klickens eines digitalen Metronoms bietet das Bechstein-Vario den natürlichen Klang eines klassischen Metronoms mit Holzgehäuse und mit zuschaltbarer, natürlich ebenfalls akustisch gesambelter Glocke. Lassen Sie uns anhand des Metronoms eines der Untermenüs der oberen Zeile erforschen. In dem Untermenü Metronom können Sie zwischen den verschiedenen Taktarten wählen und das Tempo in Form von Schlägen pro Minute regulieren. Außerdem lässt sich die Lautstärke des Metronoms steuern. Mit Exit verlassen Sie das Menü. Während andere Systeme nur wenige voreingestellte Varianten der Anschlagsdynamik erlauben, können Sie diese beim Bechstein-Vario individuell und stufenlos regulieren, grafisch dargestellt in Form einer Kurve. Sie können dann sehr exakt regulieren, wie sensibel die Lautstärke- und Klangfarbendynamik auf jede Nuance Ihres Anschlages reagiert. Ein weiteres Untermenü dient zum Einstellen der Tonhöhe und erlaubt das Transponieren und Stimmen. So können Sie beispielsweise ein Instrument, was in S-Dur spielt, in C-Dur begleiten. Die Funktion Stimmen erlaubt Ihnen das Ändern der Tonhöhe in kleinsten Schritten. Das System verfügt auch über eine Aufnahmefunktion, mit der Sie Stücke im MIDI-Format speichern können. Wahlweise können Sie das Metronom zuschalten und dessen Tempo regeln. Das Metronom wird nicht mit aufgenommen. Spielen Sie Ihre Aufnahme jederzeit wieder ab. Mit den Pfeiltasten können Sie in der Wiedergabe vor- und zurückspulen, mit Pause unterbrechen Sie, mit Stopp beenden Sie. Regeln Sie das Tempo der Wiedergabe mit den beiden Pfeiltasten des Metronoms. In dem Mixer können Sie weitere Einstellungen vornehmen. So regeln Sie beispielsweise die Eingangslautstärke angeschlossener Geräte, wie zum Beispiel einem MP3-Player, die Ausgangslautstärke optional anschließbarer Lautsprecherboxen. Sie können den Hall regeln, den Chorus-Effekt, tiefe und hohe Frequenzen regeln, die Lautstärke der Streicher und die Balance. In den Einstellungen können Sie unter anderem die Displayhelligkeit regeln. In der Energiesparoption können Sie bestimmen, nach welcher Dauer der Inaktivität die Helligkeit des Displays runtergefahren wird. Dies kann wahlweise nach 5 oder 20 Minuten geschehen. Weiter bietet sich die Möglichkeit, Speicherinhalte, wie Ihre individuellen Klangspeicher, sowie Ihre Aufnahmen vor unbeabsichteten Überschreiben zu schützen. Sie können allgemeine Einstellungen des Systems speichern. Natürlich können Sie diese wieder auf die Werkseinstellungen zurückführen. In dem Menü Pedaleinstellungen erkennen Sie die stufenlose Erfassung der Pedalbewegung durch die optischen Sensoren. Hier können Sie individuell und exakt den Schaltpunkt des Pedals bestimmen. Das Bechstein Vario verfügt auch in der Klaviervariante über ein Sostenuto-Pedal. An der Rückseite des Steuermoduls stehen Ihnen folgende Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Audio-In zum Anschluss externer Audioquellen, wie zum Beispiel einem MP3-Player, Audio-Out zum Anschluss der Stereoanlage oder Aktivboxen und USB-MIDI-Out, mit dem Sie Ihr Bechstein Vario an ein PC, Notebook, Mac oder iPad anschließen können. Der USB-MIDI-Anschluss bietet Ihnen die Möglichkeit, mit Ihrem Bechstein Vario andere MIDI-Geräte anzusteuern oder mit MIDI-Anwendungen an Ihrem Computer zu arbeiten. Der Umfang der Funktion richtet sich dabei nach der verwendeten Software oder nach den angeschlossenen Geräten. So können Sie zum Beispiel mehrere Instrumente mehrspurig aufnehmen und so ganze Bands oder ein ganzes Orchester zum Klingen bringen. Je nach Funktionsumfang können Sie die aufgenommenen Daten auch als Noten bearbeiten, speichern und ausdrucken. Wie zum Beispiel mit der hier verwendeten Software Finale. So können Sie Ihre Improvisationen verewigen oder sogar eigene Werke komponieren. Das neue Bechstein Vario-System bietet Ihnen eine Vielfalt an die Daten. Das ist an tollen Möglichkeiten. Probieren Sie es bei Ihrem Bechstein Händler aus. Händleradressen finden Sie unter bechstein.com Händleradressen finden Sie unter bechstein. Händleradressen finden Sie unter bechstein. Und Sie unter bechstein.